Ja, schön so. Ich gehe mal einen Schritt zurück hier. Ich stelle mal auf schwarz-weiß. Ich komme noch einen Schritt zurück hier. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich gehe mal. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Sehr schön mit beiden Armen so. Dann stelle ich mal hier in die Sonne mit dem Gegenlicht. Ich mache das ein bisschen heller hier. Sehr schön so. Ja, mach einfach weiter so. Dann dreh dich nochmal zu mir. Genau. Okay. Ich gucke mal eben ein paar Bilder an. Schwuppdiwupp. Jetzt einmal hier schauen. Jetzt auf schwarz-weiß. Jetzt auf schwarz-weiß. Ja, schon. Ruck zuck. 35 mm Sigma Art bei F3.2. hier in burano und hier die farbbilder auch sehr schön schön kräftige farben so Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018